Weil es ein absolutes Ereignis von tiefer Freude und Erfüllung und Momente des Aufwachens Ich kann es nur sagen, von unserem Interview, das wir gerade geführt haben, das wir gerade gegeben haben, da ist mir selber so viel aufgegangen und ich habe das so inspirierend empfunden, zu viert jetzt mit euch zu sprechen, dass ich das gerne überfließen lasse auf alle, die es interessiert, die sich angezogen fühlen vom Kongress. Danke. Und meine Antwort? Ja. Weil es das Einzige ist, das zählt, sich selbst zu realisieren. Danke. 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 Danke.